Jetzt für Imperial, denn das letzte Spiel am heutigen Tag einer Kalibrierungsphase steht an für die Teams. Für uns, für InSport, geht es noch für zwei Teams um etwas im letzten Game, nämlich von Diebs. Die werden ja in einem anderen Channel gecastet und auch für Imperial, die wir ja gerade schon gesehen haben, leider im Loss gegen QSM eSports. Jetzt geht es gegen leider ein Kindergartenteam, denn es gab ein bisschen Probleme, Leute wurden gekickt, die Seitenwahl wurde nicht akzeptiert. Jetzt scheint alles zu gehen, wir haben eine neue Lobby, wir haben Imperial auf der roten Seite. Das heißt, es sollte jetzt losgehen, genau, Felix muss noch eingeladen werden, zack, nein, 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 schnell, 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 raus, perfekt, Ace of Space hat aufgepasst, oder auch nicht, doch, Leum hat aufgepasst, du kannst in den Spectator gehen. Perfekt, also, jetzt das letzte Game gegen den Nasenaffen, denn das ist der lateinische Name, den sie sich ausgewählt haben, Nasalis Lavatus, der letzte Gegner, Elo, um Platin, zwei Platin-Spieler, ein Dia-4-Spieler, zwei Gold-1-Spieler, wobei ein Gold-1-Account ein bisschen shady ist, mit 58% Win-Rate. Keine leichte Aufgabe, seien wir ehrlich, glaube ich, von der Elo her, für Imperial, aber sie haben gerade schon gute Ansätze gezeigt mit diesem Miracle-Fight am Ende. Ich hoffe, die Draft-Adaption, die werden wir jetzt schon wiedersehen, oder, Felix? Ich hoffe, dass sie ein bisschen, ein bisschen mehr in Richtung Meta gehen, sich vielleicht auch nicht ganz so krass Wombo kombinieren lassen, fairerweise, da muss man auch mal, äh, muss man auch mal Props aussprechen an SMQ, oder wie hießen sie? Oh Gott, äh, muss man auf jeden Fall Props ansprechen. Äh, ja, QSM-E-Sports. QSM haben tatsächlich ein gutes Game gespielt. Auf jeden Fall. Muss man, muss man ihnen zugestehen, haben eine gute Wombo-Kommo gemacht. Ich hoffe, Imperial Draft wird jetzt einen Ticken angepasster, ähm, und kann dadurch die Lösung finden. Und, die Trust in Imperial. Und schauen wir, was wir hier jetzt an, an Draft bekommen. Diff 6 oder Diff 7, äh, Name of the Game, do or die, also im letzten von 8 Spielen an, 2 Tagen, wir haben auch gerade so ein bisschen, äh, ja, eben Ansätze gesehen, in der Mitte der Ace of Spades auf dem Cannon. Ja, Kasadin, wir haben es auch die OPG's ein bisschen angeguckt, das war der Midlane fast schon OTP. Auf der anderen Seite entscheidest du dich tatsächlich lau zu bannen, ist jetzt im letzten Game in meinen Augen überhaupt nicht aufgegangen, von daher, möglicherweise auch fast, eine Hilfe, dass man sich selber nicht dazu bewegt. Auch der Cannon-Bann, das heißt, auf Seiten von Imperial wird man auf jeden Fall nicht die Champs bekommen, die man im letzten Game hatte. Was schon mal, äh, vielleicht sehr gut ist. Jetzt ist der nur eine Bann, ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es nicht sooo schlecht ist, ob es jetzt gut ist. Ich würde hier vielleicht noch einen Echo-Bann sehen, denn der hat gerade gut gecarriert, NLA, flickt der einzige auf und mit Team-Tag. Es sind einige, die beim Gegner, äh, glaube ich, durchaus, oder auf verschiedenste Games gab es durchaus verschiedene Carries, dementsprechend, glaube ich, da jetzt kann man nicht mehr wirklich Target bannen. Ich glaube, Kasadin auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Lulu über Soraka zu bannen, für mich, erstes Fragezeichen, aber die Soraka wird auf jeden Fall nicht kommen, auf Seiten von NLA. Okay, äh, die nehmen die Leona-First-Pick. Jetzt halt die Frage, womit wollen sie die Leona kombinieren, was nimmt auch, äh, Impyrel? Möglicherweise eine Severe als Möglichkeit, äh, zu sagen, ja gut, Gegner will reinfahren, wir nehmen Severe. Oder sehen wir hier ein Popier, die Popier-Response auf jeden Fall schon mal gegen Leona. Sorgt auch dafür, dass die Leona nicht so entspannt reinfahren kann, wie sie es gegen andere Champions tun darf. Ich würde mir eigentlich, ja, was wünsche ich mir jetzt? Ich glaube, Sivir ist einfach immer noch zu gut, um sie nicht zu nehmen gegen Leona. Oh, Swain. Swain ist auch eine Option. Swain gefällt mir als Antwort immer so ein bisschen besser. Blind-Pick, ja, ist gut, auch Flexbarkeit vorhanden, Support, Mid-Top. Allerdings finde ich Swain immer gut gegen Comps, die halt Melee wirklich fighten, die Melee suchen. Und du siehst ja einfach zu wenig, um diese Gegebenheit zu haben. Gut, aber Leona spricht grundsätzlich dafür, dass der Gegner Melee fighten will. Und jetzt spätestens würde ich sagen, dass NLA auf jeden Fall Melee fighten will. Ist ein bisschen fragwürdig gegen Swain. Und wie du schon gesagt hast, Swain super Flexible. Du hast Swain Top-Lane-Support und auch Mitte in der Theorie auch noch ADC. Und von dem Pick bin ich einfach überhaupt kein Fan. Rise? Weiß ich nicht. Ist ein Most-Date-Champion, aber Rise in der aktuellen Meta ist halt... War ein guter World-Song. Kannst auch gleich Yumi-Jungle gehen, aber... Ja, ja, das übertreibt man nicht. Also EQ, EQ geht immer noch manchmal. Die Ultimate auch gut für Split-Push. Wir haben sehr viele Games von Perkz bei G2 gesehen. Da war Rise noch besser, aber mit Rise kann man viel über Makro machen. Das war gerade so ein bisschen in den Mittelnproblemen des Wave-Clearing. Das hast du mit Rise jetzt zumindest auch gelöst. Ja, die Frage... Also, was mir nicht gefällt, ist, du löst es schon mal auf. Weil... Du sagst, der Sven ist auf jeden Fall nicht Mitte. Warum das? Rise ist nicht so gut in der Meta, dass er bannable wäre, in my opinion. Aus Seiten von NNA. Das heißt, mir gefällt es nicht, hier den Rise zu picken. Ist ein Comfort-Pick, kann ich im entscheidenden Game nachvollziehen. Aber ist Rise wirklich der Champion, den du auf Red 3 picken willst? Ich meine, Red 3 ist halt immer dein Pick, wo du zwei Counter auch gegen Backbunnen kannst danach noch. Und dementsprechend für mich aus Draft-Sicht so ein Fragezeichen. Ich meine, ja, Comfort, aber Zeitpunkt plus Champion für mich ragt. Ja, schauen wir mal, wie Ace of Space auf den Rise performen wird. Und was jetzt eben sich dagegen wird, sich zu entscheiden. 0L3X ist es, glaube ich, in der Mitte. Und ja, mal schauen. Gerade Ion gespielt wäre noch eine Option, obwohl da brauchst du noch ein bisschen AP. Kaiser bringt zwar AP mit, ich hatte letztes Game sogar Sonya's gebaut. Aber wir erwarten da eigentlich ein Mage noch in der Mitte für NNA. Finde mich ganz spannend zu sehen, was Empyre jetzt nimmt. Mit Knockdown verrät es auf jeden Fall, dass du Swain auf die Botlane geht und die Poppy Toplane ist. Ja, oder Poppy Support. Ich hätte mir, die Überlegung, die ich gerade hatte, ist, weil wenn Senna im Champion Pool ist, das weiß ich natürlich nicht, wäre Senna gerade insane gewesen. Weil Senna ist mit Swain gut. Und du hättest den Swain aber auch noch auf Toplane setzen können und die Poppy in den Jungle, weil Swatchup technisch besser passt und pickst den Thumbcatch oder sowas. Jetzt kriegen wir den Aatrox. Into the Poppy ist aus meiner Sicht nicht so gut. Und auch Sylas. Mit Swain Ulti? Ja, Sylas mit Swain Ulti ist cool. Aber du hast gesagt, Swain ist gut into Teams, die Melee Fightern haben. Ja, das stimmt. Und du hast fünf Melee Fightern gerade gegen Swain. Also dieser Swain kann eine sehr entscheidende Rolle haben. Auf der anderen Seite, der wird halt nicht so super High-Level sein, weil es ein Swain AD Carry ist. Oder maybe sogar auch nur ein Swain Support. Oh, das ist ja eine Gange. Jetzt kommt hier noch die Senna. Ich hätte mir die Senna tatsächlich auf der vier gewünscht. Den Knockdown dann maybe auf der fünf. Oder die Flexible Möglichkeit ist für mich... Also grundsätzlich gefällt mir Swain Senna als Draft sehr, sehr gut. Aber für mich Draft-technisch ist Imperial hier Fehler unterlaufen. Der Gegner hat Jungle schon gepickt. Das heißt, der Knockdown ist nicht contested. Und du klaust dir selber deine Möglichkeit für Counterpicks. Gefällt oder ist für mich ein Draft-Fehler. Soll aber keinen großen Unterschied machen. Die Team kommt trotzdem... Die sind, wie gesagt, hinter Rise sich ein großes Fragezeichen. Oh, Felix. Ja? Es ist eine Poppy Support tatsächlich. Der Swain wird hier gegen den Aatrox auf der Top-Line geschickt. Was? Why would you do that? Um vielleicht mit der W das Saphir Blade von Leona zu denyen. Anders habe ich auch keine Explanation dafür. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Weil Aatrox hat gegen Poppy kein super gutes Match-Up. Klar ist das immer noch Aatrox-Dank. Und Swain Senna ist einfach so eine gute Bot-Line. Oder man ist jetzt ganz raffiniert und sagt, der Support-Spieler geht auf einmal Top-Line. Und der Top-Line geht auf einmal Support. Das würde ich feiern. Wäre für mich auch sinnvoller. Mal schauen. Aber ja. Also der Draft wieder ein bisschen wild von Imperial. Gerade Eloi kennen. Jetzt haben wir einen Rise-Wayne. Generell gefällt mir der Draft besser als gerade alleine, dass du eben dieses Midlane-Problem gelöst hast, des Wave-Clears. Also es wird dir Asylers nicht so im Roam kommen wie Yasuo. Und Yasuo war ja gerade das Problem, was das Early-Game von QSM so ein bisschen kontrolliert hat. Ähm, Jungler war auch der U-Dir, der dir zu wenig gemacht hat. Ich fand diesen Objective-Zug am Anfang sehr, sehr gut. Danach stimme ich dir zu, ist er abgefallen. Nocturne könnte so eine ähnliche Playweise sein. Also ich wünsche mir da, dass die Ultis auch früh hier zum Einsatz kommen, dass er sich bis Level 6 power farmt. Dann vielleicht wieder dieser frühe Zug zu den Objectives. Und ja. Ich meine, was du diesmal hast, ist, du gewinnst das Scaling. Du hast mit Raius. Ja. Grundsätzlich ein besseres Scaling als mit Seilers. Und eine Senna outscaled eine Kaiser auch. Ansonsten nimmt sich Scaling-wise nicht so viel. Der Swain für mich, super Key, der, dem wurde quasi, die Gegner haben in ihn reingedraftet, was sehr vorteilhaft ist. Ich bin auch bei dir. Draft deutlich besser diesmal von Imperial als im letzten Game. Ich würde den Draft insgesamt noch an Imperial geben. Für mich Raius weiterhin, Fragezeichen, absolut. Ja. Kein Meta-Champion, belassen wir es dabei. Ist für mich das einzige Fragezeichen. Der Rest, sehr, sehr gute Champions. Noch dann im Competitive, gerade im, ich nenne es mal, niedrigeren Competitive Play, immer eine sehr gute Option. Darkness zerstört oder erschwert Kommunikation im Teamfight einfach deutlich. Das sind Teams, die nicht so lange zusammenspielen, die nicht so crazy gut sind. Oft ein entscheidender Faktor, diese Nocturne-Ult. Senna Swain hätte ich mir als Spotlight gewünscht, aber Senna grundsätzlich bin ich auch ein Fan von. Hat aber die Gefahr, und das ist so ein bisschen mein Negativpunkt, den Imperial nehmen muss. Du hast im Early Game wenig Waffen gegen die Power, die die Gegner haben. Der Atrox im Mid-Game ist super stark, Xyla ist im Mid-Game super stark, und Leona, Kaisa, über die brauchen wir nicht reden im Mid-Game, die böllern alles weg. Dementsprechend durchaus die, die, ja, so ein bisschen die Angst, dass man das Mid-Game nicht genug respektet, weil du mit Nocturne natürlich auch selber plays, spielen willst. Aber Senna braucht, also, Senna ist der Grund, warum du den Draft ganz spät gewinnst, aber die Frage ist, erreichst du dieses ganz spät? Sonst verlierst du wenigstens dann möglicherweise auch. Also, letztes Game, wie gesagt, do or die für Imperial, für unser neuestes Team im Hause InSport. Es geht um die Qualifikation für Division 6. Bei einem Loss ist es die Division 7. Ja, das also, was auf dem Spiel steht. Wir schauen uns das Game an. Genießen sind hyped. Und irgendwas wollte ich noch sagen, was mir gerade entfallen ist. Es ist auf jeden Fall, ein sehr spannendes Game. Draft. Ach ja. Auf jeden Fall besser für InSport. Sehr, die Stimmung ist natürlich schon angeheizt jetzt hier, wegen diesem ganzen Lobby-Vorfall. Also, das wird mir auch in der Seele jetzt gut tun, die Kids zu klappen. Also, Imperial, let's go. Und wir sehen Ignite auch auf den Rise. Ich habe ja gerade diese Makro-Fähigkeit mit der Ultimate angesprochen, mit diesen G2-Games, die für mich immer auch diesen Rise-Pigment-Perks ausgemacht haben, als er noch gut war oder besser in der Meta dastand als jetzt. Ähm, überrascht mich ein bisschen, dieses Ignite, muss ich sagen. Äh, bin ich gespannt, ob er da einfach das mit hat für den Anti-Heal gegen, ähm, Sylas, weil man hat ja keine Prude-to-Fire-Enchanter-Champs, deswegen Anti-Heal auch ein bisschen schwieriger zu bauen, schwieriger zu verteilen. Da einfach dieser Summoner natürlich Gold wert dann, als Anti-Heal-Tool. Kannst du auf einer Poppy durchaus, ähm, wie heißt's? Bramble? Äh, Bramble-West bauen und auch ein Swain kann in der Theorie ein Morello bauen. Ja, braucht man hier, glaube ich. Also zumindest auf Rise oder halt auf Swain. Ich meine, du brauchst Anti-Heal auf beiden Seiten. Du hast auf der einen Seite Senna Swain, auf der anderen Seite hast du Art-Org-Sylas. Die heilen sich, also, Healing in diesem Game ist, ja, dementsprechend, Ich bin auch immer ein Fan von TP auf Midland, weil es dir einfach die Möglichkeit bietet, nach einem missglückten Trade nicht super viel Waves zu verlieren, weil es dir Tempomöglichkeiten bietet, weil es dir die Möglichkeit bringt, auch die Karte irgendwie zu bespielen und dann wieder zurück in die Mitte zu kommen. Aber wenn beide Seiten Ignite haben, ist es per se auch kein Nachteil für eine Seite. Wenn du bei einer TP hast, ist es für mich kritischer, als wenn der andere kein TP hat. Ja, ich denke auch, das gleicht sich ja dann aus in der Mitte. Ähm, Ignite auch auf Karnimata ist natürlich jetzt ein bisschen komisch. Er ist der farbende Part auf der Botlane, also auch kein Supporter, der plötzlich auf die Toplane geht, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest, hier in diesem Matchup. Ähm, wie viele Wins, Losses hat Imperial gerade? Sie stehen 4-3, das heißt, man braucht 5-6 Wins für Division 6, wie gesagt, ein Game, ein Win und sie sind in der Division 6. Jungler starten beide Topseite, auch ein bisschen ungewöhnlich. Beide wollen hier auf der Botlane Action machen. Ja, ich denke, Toplane, ich weiß tatsächlich nicht, wie das Aatrox-Swein-Matchup abläuft, weil ich Ewigkeiten kein Swein-Toplane mehr gesehen habe. Ich würde aber behaupten, das ist ein relativ entspanntes Matchup. Ähm, und auf der anderen Seite weißt du, okay, wenn du deine Kaiser nicht ahead kriegst, wird schwierig für die Kaiser irgendwann Impact zu kriegen. Während die Senna halt eigentlich entspannt farm will und ihre Lane quasi safe spielen will. Dementsprechend, Nocturne, der sagt, okay, ich cover meine Senna einfach, für mich durchaus eine richtige Entscheidung und Nocturne wird eh folgieren. Der wird keine, oder es wäre überraschend, wenn, wenn früh Gangs kommen, Nocturne will bis Level 6 chillen, will, will sich hochfarmen und dann mit der Ult die ersten Plays kreieren. Hm. Äh. Ich guck grad mal, was Löffel so für Runo und so mit hat. Ich bin ja auch ein kleiner Swein-OTP mal gewesen vor dem Rework. Der Tech-Speed nämlich auch ganz gut auf Swein. Äh, mag man gar nicht mal so unterschätzen. Man sieht schon, die Auto-Tech-Spokes auf Rains, Rains, sehr, sehr wirkungsvoll. Ich würde gerne böse Sachen ihm gegenüber sagen, weil wer Rains-Toplane spielt, ist halt schon questionable. Ist schon, ist schon sehr questionable. Weiß. Farmt leider aber auch bisher nicht so. Oh, kriegt jetzt auch eine W ab. Aber der Push, ja, ist euch natürlich sicher, weil er weiß, beide Jungle haben Topside gestartet, muss da kein Gang erwarten. Aber Farmen macht mir ein bisschen Sorge, die Wave. Also, wenn du Rains-Toplane spielst, willst du im Farmer Head sein und da bliegt erstaunlich viel daneben. Das ist ein bisschen unangenehm. Ah, Bot, ja. Muss ich auch sagen, wir haben gerade über die Summoner-Wahl gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass ein Exhaust für den Rise auch ziemlich geil gewesen wäre. Gegen den Seilers, der ihn anfährt, gegen den Kaiser, die ihn später vielleicht noch anspringt, wäre Exhaust möglicherweise auch die Wahl gewesen, die man hätte nehmen können. kein Exhaust im Game auch. Da ist aber dieser Ward, den ich vorhin meinte, wo Banger war, glaube ich, die ganze Zeit so aggressiv gespielt hat, obwohl sie eben diesen Ward nicht hatten. Jetzt wird der Drundle gespottet, das heißt, man kann Botlane dementsprechend anpassen. Nocturne muss aufpassen, kriegt die Krabbe wahrscheinlich Feuer. Löffel wird eingegangen oben. Dritte Q sitzt vom Arthrox. Die W ein bisschen gewiffed mit dem Ziehen. Wenn jetzt alles in die Halle läuft, kriegt Blue Knight tatsächlich Double Krab. Dadurch, dass die Senna Q unten gehittet hat und der Drundle quasi so halb noch für den Botlane-Gank gehovert hat, hat der Blue Knight die Zeit, die Krabbe zu machen, kann dadurch jetzt Double Krab nehmen, was natürlich im Jungle schon der erste kleine Advantage auf Seiten von Imperial ist. Ja. Im Chat wird auch das FUPS-Special nochmal erwähnt. Ghost wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen auf den Rise. Ähnlich wie so ein Victor. Sehr, sehr mobil. Aber ja, Face Rush hat er auch nicht, deswegen ist er schon auch sehr, sehr un-mobil. On-Car-Rot. Boah. Ich glaube, in dem Game ein bisschen mehr Mobilität mit Face Rush mit zum Beispiel, wie du gesagt hast, Ghost, Exhaust. Glaube ich wäre einfach besser gewesen. Ne, eher Flash Ghost war, glaube ich, die Anmerkung. Ja, ja. Achso. Was habe ich gesagt? Exhaust, Ghost. Ja. Ja, statt Ignite. Eins von den beiden. Achso, ja. Statt Ignite war meine Idee. Wäre besser gewesen, glaube ich. Jetzt bricht man hier tatsächlich die Senna nochmal mit. Sehr gut von OL-3x. Poppy ist auf dem Reset, darf dementsprechend jetzt auch nirgendwo hinrufen. Ich meine, fairerweise kann sie auch nicht wirklich, weil Senna lane, wie gesagt, die Poppy farmt. Und Top lane, ja, passiert nicht viel schöner Wort. Sorgt dafür, dass man direkt Das Vision-Game gefällt mir richtig gut von Imperial hier in Early Game. Es ist auf jeden Fall auch ein besseres Early Game als Let's Escape. Ja, ist auch sehr ruhig. Noch kein Fast-Platt. Sie stabilisieren sich. Executioner, das First Item auf Nocturne jetzt. Wild. Ja, ich glaube, es ist einfach zu viel Healing in diesem Game drinnen. Ja. Kennt ja von Hackerim, dass man das zweites Item geht, das Anti-Litem. Sehr, sehr wertvoll. Ich glaube auch, dass der Atrox durchaus Early Executioner bauen könnte. Swain könnte auch... Blue Knight jetzt hinter der Boardline. Vielleicht die erste Action Flash eh, aber das pusht ja nur die Kaiser nach hinten. Schön die W eingesetzt jetzt von Kani Mata, aber Leona Early ist sehr, sehr tanky. Man kriegt keinen Thumbs, investiert den Flash von Poppy. Und jetzt kommt der Trundle. Man könnte Poppy downfokussen. Schöner Sidestep auch vom Root. Und ja, Poppy geht nochmal schön rein mit der E, mit dem Sun gegen Trundle. Der brennt! First Blood für Senna und jetzt ist man in Überzahl. Sehr gut von Kani Mata auf der Support. Poppy fast schon Mickey X Cosplay. Kaiser muss deep gehen für den Kill auf. Poppy hat aber noch den Flash, kann sich befreien. 2 zu 1 in Favor. Ne, 2 zu 2 overall, denn Top Lane wurde gerade Solo-Bolo und Löffel beißt ins Gras. Aber das ist sehr, sehr gut. Du hast gerade zwei Kills auf die Senna bekommen. Du hast First Blood auf der Senna bekommen. Und das ist genau das, was zu haben ist. Ja, die Kaiser kriegt auch einen Kill, aber die Senna bekommt eine ordentliche Goldspritze früh im Game, ist jetzt sogar, obwohl sie nicht gefarmt hat über der Kaiser Gold Value Techno oder hat mehr Gold als die Kaiser, was natürlich ein Traum ist. Und man hat den Summoners Advantage, hat jetzt noch Flash und auf Senna und auf Nocturne noch ready. Hat jetzt auch die Level 6, Paranoia könnte eingesetzt werden, aber auf der Top Lane der Solo-Bolo und in der Mitte auch der schlechte Recall für Flickers, aber da close ich jetzt zuerst. Für mich tatsächlich riesen Missplay vom Trundle, der an die Wand läuft gegen eine Poppy. Will da zu viel. Schön gesehen von Karnimeter, äh, Martha und schön bestraft von, äh, von Impule. Schönes Play. Leider die Kaiser nicht mehr bekommen, die musste aber ihren Flash auch nochmal ziehen. Und das ist jetzt natürlich das, was du wirst. Leider gibt's aber gerade, dadurch, dass Blue Knight sich auf die Top Lane bewegt, äh, den Drake ab. Und Top Lane sieht painful aus. Ja, vielleicht eine Möglichkeit jetzt mal zu ulten auf die Top Lane. Ich bin gespannt. Er havert zumindestens mal. Ja, Level ist aber auch Level 6, hat jetzt die Ultimate aktiviert, aber die läuft gleich wieder aus. Man kommt nicht ran. Blue Knight versucht mit dem normalen Gank, aber da ist ein Ward, wird ausgespottet. Der Drake in der Zwischenzeit, du hast es gesagt, an LLA. Ich mein, ist nur ein Cloud Trick, der wird jetzt im Early Game auch, oder der macht generell nicht den großen Unterschied. Aber tut natürlich weh, deine Top Lane gerade so losing zu haben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Senna kann mit dem Double Kill, den sie jetzt früh bekommen hat, deutlich schneller ins Game reinfinden. Der Poppy geht's auch gut, hat auch einen kleinen Farmlead gegenüber der Kaiser. Und Nocturne hat Level 6 und das ist jetzt das Entscheidende. Was passiert mit dieser ersten Nocturne-Ul? Das ist ganz oft in Games, wo Nocturne drin ist, oder der Crucial Moment. Stimmst du mir zu, dass gerade für das so eine Opportunity schon gewesen wäre auf deinen Aatrox? Nein. Ich sehe überhaupt keinen Damage zu den Aatrox. Also gerade wenn Aatrox die Ult dann macht, sehe ich keine Möglichkeit für Nocturne mit einem 10% HP Swain da oben reinzufahren. Na, vielleicht jetzt. Löffel allerdings ohne Ultimate. Da kommt die Paranoia angeflogen. Aatrox wartet noch mit seiner Ultimate, wird jetzt erstmal geführt, aber die kommt jetzt sehr, sehr spät raus. Ist schon sehr, sehr low. Blue Knight mit der Q hinterher. Blue Smite auch drauf und da war Takti vielleicht ein bisschen zu faul mit der R zu drücken. In der Mitte wird beides ignited. Ace of Space kann nochmal gut juken beziehungsweise kiten. Tatsächlich das ist genau das was ich meine oder aber ich bin froh dass Blue Knight tatsächlich jetzt erst investiert hat. Schöner Kill auf der Top Lane erleichtert Löffel die Lane wieder. Blue Knight ist ein sehr, sehr gutes Game bisher. Auch 16 CS geht jetzt an den Herold ran. Muss nur aufpassen. Kamera bleibt wir gehen mal manuell oben drauf. Muss den Herold jetzt auch abgeben weil Aatrox ATP ist Rainbows resetten du hast gerade keine Ultimate Hätte, genau und ja Herold Herold musst du jetzt leider auch abgeben oder musst du nicht abgeben aber du musst zumindest vorsichtig sein. Dein Rice Mitte hat auch kein Flash Gold weiß was er hingeht aber warum geht der Rice denn jetzt? Oh Poppy sehr deep kriegt drei Tower-Schutz ab das war vielleicht einer zu viel die Ultimate von Kaiser geht nach vorne Gläum vielleicht ein bisschen hier geintet worden vom Supporter da kommt aber die Rice Ultimate auf der Bot Lane wie viel kann Rice hier noch bieten schöner EQ auf 013x und der ist tot Leona Tanky genug aber ein One-for-one Trade Rice mit dem ersten guten Makro-Player auf die Bot Lane genau das was er im letzten Game nicht gemacht hat weshalb er Mitte gedifft wurde würde ich sagen Oh Top Lane Löffel hat die Ultimate und das könnte ein Fail-Dive werden für NLA denn Blue Knight ist im Round schöner Pillar der Spell-Shield wird nicht eingesetzt die Ultimate von Swain verpufft gleich auch aber Poppy ist schon hier unterwegs guter Rom von Karnimata vielleicht kann man hier einen abholen Aatrox mit einer W gegen Blue Knight trotzdem kommt der 4 durch was war das sehr gut gemacht von Blue Knight und da ist eben der Kill jetzt auch auf Takti schöne Rotation hier von von Karnimata kann gerade Bot Lane nichts machen auf der anderen Seite kriegst du den Kill eben zu deep gegangen und das Wichtige ist du gibst deinem Swain in Kill das heißt der kann die Lane wieder ein bisschen besser mitspielen der ist nicht mehr komplett abgeschlagen unten kriegt der Ryzen in Kill nach mega Missplay von Karnimata muss man glaube ich mal so sagen drei Turretshots im Early Game ist jetzt nicht das was du unbedingt nehmen solltest ähm sorgt jetzt aber leider auch ein bisschen dafür dass die Kaiser jetzt auf einmal doch durchaus eine Bedrohung ist mit 2-1 relativ guten Farmen muss man jetzt tatsächlich auch aufpassen wie man mit dieser Kaiser umgeht und ich bin gespannt wohin die nächste Aatrox-Ult geht äh nicht Aatrox Nocturne-Ult und wir sehen direkt das ausgebaute Anti-Heal auf Blue Knight der sich sagt ich lasse euch kein Healing zu Grundsätzlich normalerweise Entschuldigung in diesem Game finde ich auch die Frage ist ist das wirklich auf dem Jungler das was du haben willst während ich der Swain mit einem Nullifying Orb äh mit einem wie heißt ach Gott ich hab keine Ahnung geht jetzt auch Richtung Everfrost anscheinend die André ist ja eigentlich eher das Standard-Item Mythic für Swain jetzt gehst du hier man hat Blue Knight wurde entdeckt dann sagt er ich gehe einfach rein aber wurde von Leona sehr gut disengaged jetzt kommt der Trundle Around aber der Shade genug von Senna um Movement Speed zu verteilen in der Mitte Flickers geht eben für Space an aber der macht eine gute EQ unterm Tower das heißt der Tower schaut auf Flickers er ist super low das Ignite kommt man nicht raus von Ace of Space leider das wäre genug gewesen war vielleicht selber überrascht von diesen Tower Shots die Range die dort erreicht wurde Botlane jetzt leider aber die zweite Nocturne hat jetzt nichts gefallen und das ist für Nocturne Oh Arthrox unterm Tower auch er kriegt Tower Shots ab also NLA Baden Tier ja im Tower nicht nur NLA auch Kanimata auf Woche 3 man sammelt die Totshots ich glaube am Ende gewinnt der der weniger Totshots kassiert Scoreboard verschieben was denn Takti Löffel Flasht über Takti rüber um der Queue zu entgehen aber es war nur die zweite Queue kommt er da noch irgendwie ran die E die Mist leider das ist das Urteil beziehungsweise Ende dieses Plays Flash Rift auf der anderen Seite du holst dir jetzt den zweiten Rift hast du die Prio deiner Botlane ähm auch seit von Imperial hast auch einen guten 2k Gold Lead Midlane der Ryze hat es im Seilers überraschend gut ein aus meiner Sicht ähm gefällt mir bisher gut ich hab den Ryze kritisiert im Draft bisher gefällt er mir gut und du kriegst jetzt eben auch die Drake Response auf der Toplane verlierst du aber leider fast deinen ganzen Turret der Jundle und Löffel Oh Senna Ultimate kam nochmal durch Löffel weiter in meinem Leben die Q reicht sogar nicht Flick damit noch weiter unter dem Tower geforst der Flash kommt raus Blue Knight jetzt auf Arthrox das sollte der Kill werden links ist Ace of Space on the Hunt Enel Flick er gibt sich jetzt seinen Schicksal da kommt aber die Nocturn Ulti von Sylas und die Ultimate von Ryze kommt nicht mehr durch wow das war insane von Flickers darum hab ich gar nicht gedacht dass er die Nocturn Ultimate auch klauen kann ei 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 und Trundle kommt nochmal raus gut in den Busch versteckt unten verlierst du auch noch ein Plating schönes Play von NLA leider zu Kani Marta geht sehr sehr deep da sind er noch gar nicht im Round der Root kommt allerdings rauf auf Leona Leona aber nicht das Target was du fokussen willst Tanking Tank Support Kani Marta hebt nochmal sein Shield auf Flash zu seiner passiven Heal kam auch raus auf beiden Seiten close Geschichte dem 2v2 eigentlich hast du halt den Reset und solltest den Fight nehmen können aber Kani Marta wieder zu früh drinnen ist ein bisschen übermotiviert vielleicht ja wie Carlo grundsätzlich gute Idee aber wieder einen Tick zu früh ich meine auf der anderen Seite die Senna hielt sich halt hielt sich halt hoch während die Leona halt nicht mehr hoch geheht wird aber Kani Marta muss jetzt aufpassen Thomas G&G sitzt hier in der Dunkelheit und gefährdet durchaus die Botlane von Imperial wobei das Senna Healing halt auch einfach schon sehr vorteilhaft ist für die Poppy Poppy allerdings jetzt ohne Flash im 2v2 auf der anderen Seite beide Flashes noch zur Verfügung von Leona von Kaiser du hast den Reset aber angesprochen aber Itemweist hat es trotzdem jetzt keine großen Unterschiede zwischen Farming Senna und Kaiser ja aber du hast massive Itemunterschiede auf der Poppy im Vergleich zur Leona ja bestimmt Löffel wieder im 1v1 wird es zum 2v1 wird denn Blue Knight kommt mit der Paranoia ran Arthrox wurde jetzt mit der Löffel Ultimate getroffen Demon Flare kommt raus das sollte der Kill dann noch unten kriegt man das oder er rettet sich zu seinem Shield Kani Marta sehr sehr gut diese Botlane jetzt 3-0-2 für Senna Imperial auf dem Weg in die Division 6 wichtiges Play dass du unten im 2v2 den Kill kriegst und das ist eben genau das was ich gesagt habe du hast den Itemvorteil den du gerade ausnutzt nicht respektet von der Botlane Boah schöne Kombo auch von Ace of Spades Toplane diesmal wieder eine schöne Nocturne-Ult kriegst dadurch wieder eine Kill hältst den Arthrox behind gibst deinem Swain eine Möglichkeit und dieser Nocturne ist sehr sehr stark im Game neben der Senna 3-0-3 löffelt hier sogar den gesamten Toplane Töhrt super gut für die Jungs von Imperial und jetzt hast du wieder nachdem du kurzzeitig dein 2k Gold Lied weggeworfen hast hast du wieder 2k Gold Lied muss natürlich jetzt wieder respekten und auch Mittelfeld fasst der Töhrt schon er ist auf Spades hier mit einem ganz guten Game aus meiner Sicht auf dem Rise muss jetzt aufpassen dass er nicht vom Item Advantage umgefahren wird aber kann sich gut werden noch und Leute ich hab's aber grad nochmal mit der Kamera gesehen Hextech Gates sind natürlich jetzt auf der Map scheint noch nicht angekommen zu sein bei der Botlane ja Blue Knight ist mit der Q am Start Leona hat noch Flash wie gesagt beide Botlaner noch mit Flash ist Thomas G der baitet aber da kommt ein TP rein es ist der Arthrox Double TP der Swain kommt auch er ist natürlich ein bisschen später in der Mitte der Fight auch ausgebrochen aber wir bleiben auf der Botlane Löffel auf Thomas G drauf rechts sind da noch Arthrox und Kaiser Lauf Kaiser rettet sich aber da ist der Swain in der Ultimate Carnimata kriegt Triumph sogar und mit der E nochmal bleibt er noch am Leben ist die Frage irgendwie schafft es die Poppy rauszukommen Löffel mit dem Triple Kill auf dem Drachen auf Swain sehr gut 2 für 3 Trade insgesamt und das was entscheidend ist du hast ihn im Draft angesprochen Swain liegt es wenn die Gegner in ihn reinfighten müssen ja und du bekommst und der kleine Int nochmal von Trundle der lurkt wieder an der Wand drum und wieder es ist gerade die Marta diese Poppy Support Pick absolut insane er ist ein bisschen ein Maniac würde ich sagen er geht schon sehr tief rein aber es funktioniert oft genug sehr gut jetzt hast du den Zweigen der 5 Gs hast Mitte den Tört bekommen dafür ist es das Welt gestorben ok aber du hast und trotzdem 3 für 1 getradet das heißt all in all super play jetzt natürlich aufpassen müssen dass sie hier rauskommen und den Drake auch zeitnah bespielen können kriegen jetzt sogar den dritten Tört und kam zum ersten Mal dann 3,5k Gold Lied der jetzt was wird angegangen mit der Paranoia Flasch und daher von Blue Knight nein das war nicht jemand Flasch das kam doch die Ultimate raus nach dem Flash von Flickers Blue Knight hatte da ein bisschen Glück aber ja kann die Marta wieder alleine gegen 2 rechts auch aber das Team ist around von Imperial was sagst du denn schöne Rise Ultimate bringt alle zum Zeitpunkt zum Schlachtfeld und Leona ist gefallen sehr gut gemacht ja Portals von Rise Ultimate von Imperial du hast gerade noch gesagt die Portals sind da jetzt gerade die Portals ist der Grund warum du diesen Fight spielen darf kriegst einen Catch kriegst den Flash vom Seilass jetzt ordentlich den Drake runterspielen vorsichtig bleiben der Trunzel kann hier nicht rein also er kann die Marta alleine gegen 2 aber der Baited wieder nur überlebt ziemlich lange wird noch gehealt schöner Knock-Up Poppy Ultimate Melee auflegt der versucht wegzukommen aber nicht mit Ace of Space der Kill für den Rise und jetzt plötzlich das Game explodiert alles in Favor für Imperial die das Game wirklich übernehmen jetzt sogar zum Nash wollte ich fast sagen aber es ist die 90. Minute erst die Leute guys die letzten 3 Minuten sehr sehr gut für Imperial gelaufen du hast alle T1 Stewards bekommen du hast den 2. Drake bekommen du hast die Fights gewonnen es läuft gerade alles perfekt du hast jetzt einen gefeateten Swain der 2.5 Items hat du hast Senna die können wir kurz Seelencheck machen wobei Paranoia wird wieder aktiviert kriegt man hier noch den Arthrox W von Swain hinterher Arthrox seiner Ultimate muss rausflaschen sollte genug Movement Speed haben um da rauszukommen ein bisschen viel investiert wieder du kriegst einen Flash für deine Ultimate das ist eigentlich ziemlich worth it du musst jetzt aufpassen hier raus zu gehen Karnimata ist Diebsender Ultimate trifft 4 Leute der Root hinterher Swain ist in allen drin Flickers hätte noch die Ultimate von Nocturne die ist jetzt aber abgelaufen nicht eingesetzt kleiner Blunder vom Sylas Leona in allen drin überraschend Tank hier aber 1 gegen 4 hat er auch keine Chance Swain tankt weiterhin alles was vor ihm steht kriegt jetzt sogar noch den Kill auf Kaiser Erwombi tut da vorne und Sylas der Pick der geht auch nicht auf jetzt ist auch Tilt dabei auf Seiten von NLA und du hast es gesagt dieser Swain der ist gerade so glücklich in diesem Game der ist so glücklich wir haben es angesprochen der kriegt hier alles die Gegner können ihn nicht mehr töten die haben kein Damage auf diesem Swain der Trundle Pick geht nicht auf der Arthrox der im early game wirklich gut gespielt hat und Solo-Bolo auf dem Swain gehabt hat wurde vom Blue Knight so runtergeworfen dass jetzt Löffel der dominierende Toplaner ist die Senna geht perfekt auf Props an der Stelle sehr sehr stark ich bin immer noch überrascht dass es die Poppy ja Poppy Support ist und der Swain Toplane aber genau das ist das was gerade wobei es ist ja nicht mal richtig Support weil es ist ja der Farming und mit Senna kannst du halt so viel Boozer mäßiges wir haben ja auch die Wukong Senna Botlane gehabt also Poppy geht hier richtig gut auf und Senna ist jetzt ahead gegenüber der Kaiser und auf der anderen Stelle hast du zweieinhalb tausend Goldlead auf der Poppy gegenüber der ähm Leona ja Midlane hast du ein Goldlead Jungle hast du ein riesen Goldlead Toplane hast du ein Goldlead das Game sieht jetzt gerade sehr gut aus mit 7000 Goldlead Ace of Spades muss hier ein bisschen aufpassen die Gegner sind immer noch gefährlich muss man respektieren aber jetzt gerade sieht alles sehr sehr gut für Imperial aus die einfach in den letzten 5 Minuten so krass am Tempo hochgespielt haben alles richtig gemacht haben und sich verdient sehr ahead spielen gerade ja auf jeden Fall auch direkt nach diesem Fight wo ich kurz dachte okay seit 4 gegen 5 aber es ist einfach Swain in einem Closed Area und Senna in einem Closed Area ah Löffel wird jetzt angegangen Swain Ultimate aktiviert alleine gegen 4 davon er hat keine Stopwatch doch hat er und setzt sie jetzt auch ein und es bringt noch Zeit aber Rise of der Botlane Nocturne und alleine gegen 4 wie lange überlebt ihr denn da kommt jetzt noch der Nocturne rein aber das ist auch eine Suicide Kommando von Nocturne ah Gläum nochmal gegen Kaiser wird aber schön seced von Leona das war zu Kocki kriegt einen auf die Löffel du splittest dich auf wirst dafür sofort bestraft da einfach gegrouped spielen ich meine wir haben gesehen wie lange dieser Swain noch überleben durfte es war crazy auf der anderen Seite du gibst jetzt Midland Bounty ab hast Topland einen Turf äh verloren du hast einen Turf bekommen hast dafür aber drei Shutdowns plus oder zwei Shutdowns auf jeden Fall plus ein Bounty abgegeben und genau das ist das was Imperial eben nicht machen darf unkonzentriert werden wir müssen jetzt hier weiter grouped spielen konzentriert spielen und um diesen Swain rumspielen dieser Swain liefert gerade so viel Duty für dieses Team aber sie müssen die Tankiness die dieser Swain liefert auch wirklich nutzen ja und auch die Senna wir haben die Range gesehen 4, 1, 10 macht tons of damage aber du hast es gesagt nicht leichtsinnig werden ja Split Push ist eine Option mit dem Rise aber du brauchst hier einfach nur um deine Carries rumspielen vier gegen fünf darfst du vielleicht spielen wenn Blunder direkt da ist kannst du es actually spielen aber drei gegen fünf ist doch ein bisschen sehr viel da kann der Swain noch so tanky sein das hilft dich und jetzt wie du sagst auch keine Stopwatch mehr ähm man wird jetzt wahrscheinlich für den nächsten Drake spielen wollen gehe davon aus dass Löffel pushen wird und dann Tipeat ähm Kaiser ohne Flash ähnlich wie Senna wir gucken auf die Thumbs die sind ja natürlich vielleicht jetzt zu entscheiden in diesem Fall Ace of Space war auch nicht dabei und Rise der hätte auch den Unterschied sehr weit vorne sehr weit vorne Zephyrblade kommt durch Ace of Space muss rausflashen Lockturn geht rein und wieder schön Poppy auf die Leona geturnt da kommt das TP von Löffel Takti wartet noch mit dem TP Rise Ultimate kommt sehr sehr deep trifft jetzt den Trundle der wird durch TC mit Aeroforce mit EQ wird ignited aber das dürfte nicht reichen trotzdem vertreibt man hier NNA gegen den Drake und ja schönes TP schön wieder geturnt ja Ace of Space gefällt mir eigentlich sehr gut aber wie gesagt gerade eben splittet und dieser Rise Damage das ist genau das was Imperial gerade braucht in den Schweiz sie brauchen den Damage von den Rise von dem Nocturne noch ist die Senna nicht stark genug um mit Swain, Poppy alles machen zu dürfen jetzt tanzt man so ein bisschen auf zwei Hochzeiten zu zweit macht man den Drake drei Leute pushen jetzt aber gleich wieder vereint alles gut gegangen Sylas im Flankversuch wurde ausgespottet von Poppy oben Takti AFK Rage Split Push wie beim Stickslord das ist leider nicht gut weil du einfach ein Bounty abkriegst und du kannst ohne Nash gerade nicht oh die E wieder sehr deep von der Poppy vielleicht reengaged jetzt kommt Paranoia rein nochmal auf die Kaiser die kann erstmal disengaggen die kann kiten Leona überraschend Tanky trotzdem oben Trundle in der Ultimate wird jetzt von Blue Knight angegangen das Heel kommt raus von Kaiser erlebt immer noch der Trundle aber Sylas mit Swain Ultimate Swain in der eigenen Ultimate beide weiter am Ticken Arthrox is arrived kriegt gute Queues raus aber er ist alleine gegen 5 in der Frontline muss raus Flaschen alle überleben sehr sehr knapp man hat keine Minimave und alle leben hier noch das ist so unbelohnt der Fight eigentlich sehr sehr gut gespielt und wir sehen es alle 20 25% HP auf Seiten von NLA klar du verlierst den Jungle trotzdem besser für Imperial aber das hätte auch schon der Game-Winning Fight sein können so musst du jetzt weiter konzentriert bleiben du hast in knapp 4 Minuten die Hextech Soul die mit Abstand stärkste Soul aktuell jetzt einfach konzentriert zu Ende spielen Top Wave Top Wave rauspushen da den T2 noch mitnehmen der ist schon fast tot dann für den Drake spielen und das Game so wie jetzt gerade konzentriert zusammen spielen und wenn ich das richtig gesehen habe ist der Rise gerade resetten gegangen und hat sich ein gesamtes Ravadons gekauft ja einfach mal so ein Hütchen im Hut laden das hätte den Fight glaube ich gerade schon geturnt wenn er das Gold ausgegeben gehabt hätte ja jetzt auf jeden Fall massiver Damage auf diesem Rise und wie gesagt jetzt nochmal den Fight von gerade eben und das Game ist over dementsprechend jetzt weiter konzentriert groupt spielen spielt Senna Swain aus die Senna ist super gut im Game der Swain hat drei Items Futures Market auf dem Support auch interessant du bist überall ahead jetzt einfach konzentriert gegroupt weiter spielen nicht nochmal die Angriffsfläche geben wie sie einmalig kurz gegeben haben und dann ist dieses Game in den Händen von Imperial und man möchte nach diesem ich nenne es mal Lobby Beef jetzt das ist jetzt eine Free Nash die Botlane von NNA ist unten und in 10 Sekunden ist der Nash das ist ein absoluter Free Nash für der Trand ist auch resetten what? are you kidding me? ja der Tag im Int Erban NNA zu finden ähm der Nash das überraschend Free ja wir können mal schauen was man jetzt damit machen kann oh die Rise Ultimate die kommt durch wie viele gehen rein das gesagt der Team von ihm in der Rise Ultimate nach vorne Leona ist schon down jetzt kann man hier über NLA rüber rennen sie werden zu NA mit diesem Play wow huge von Ace of Space schön Rise Ultimate aber wie gesagt diesen Nash so Free abzugeben what the fuck da hatte man den Timer überhaupt nicht auf dem Schirm und das sollte es jetzt gewesen sein du hast noch den Seilers und den Fundle aber die dürfen ja auch nicht reinlaufen das müsste das Game für Imperial sein 30 Sekunden oder 20 Sekunden plus Nash Timer das muss reichen du hast eine riesige Wave das sieht sehr sehr gut aus für das Team von Imperial ja GG well played besserer Draft gut erholt ja doch in der Mitte ja Sylas ist in der Swayne Ulti im Stopwatch Schlöffel jetzt allerdings auch ja Thomas G die Death Timer sind low gleich kommt Kaiser aber trotzdem wird ja einer nach der anderen wieder abgeholt Stopwatch es werden nochmal gebürnt goldenes Zeit Eiter für Imperial Arthrox und Kaiser noch alive ein Tower steht noch schön EQ Combo Ace of Space Double Kill mit Rise auch der vielleicht zurück in der Meta durch diese Performance nein ich glaube nicht ich habe ihn kritisiert für den Rise Pick geht aber auf Comfort dann doch öfter mal größer Meter und damit beglückwünschen wir ja zum Start in der Div 6 schöner Sieg hier 5 zu 3 gute Performance über die Kalibrierungsphase und wir durften heute doch noch den ersten Sieg endlich ein Sieg gecastet jawohl und nach einem ich nenne es mal schwammigen Early Game gerade Löffel durchaus leiden müssen im Early Game würde ich sagen dann später ist er sehr stark ins Game reingekommen und man sieht warum Senna Swain einen berechtigten Meta Zugang hat Senna wenn sie so ins Game kommen darf wie diese Senna Early Double Kill wie sie wird nicht angefahren sie wird nicht wirklich bedroht außer ein Int den sie zu dritt begangen haben dann ist sie einfach broken und verdienter Sieg für Imperial an der Stelle ja auf jeden Fall GG well played Flickers der Midlaner was glaube ich von FLM wir kannten die Regelung einfach nicht Norofens ja da muss man aber nicht so Leute kicken irgendwie sagen Schere Stein Papier wir wollten anfangen also das war schon war schon nicht so sportlich wie wir das hier von InSport kennen aber ja auch da sehen wir natürlich einfach drüber die Prime League ist unser Freund wir kennen das Regelwerk in und auswendig von daher alles easy alles locker GG danke für den Cast kann ich wohl machen ja Gläum der Team Captain von Imperial kommt dann auch mal um nochmal ein bisschen zu quatschen wie gesagt unser neuestes Team freut mich auch immer die Leute kennenzulernen nochmal zu fragen wie sie den Weg zu uns auch gefunden haben zum Beispiel haben wir ja gerade schöne Insights auch schon von Banger gehört schauen wir doch parallel noch kurz was die anderen Teams so quatschen würde ich nach dem Interview gerne machen wollen erstmal jetzt nochmal so abschließen hier mit Imperial und dann nochmal auf die anderen Teams gucken müssten dann ja auch sehr weit unten im Discord sein ja da hab ich sie doch der gute Flo natürlich hallo Flo erstmal Glückwunsch zu diesem Sieg zu dem Einzug in Division 6 yo ich hab's ja gerade schon angesprochen so ein bisschen Team History vielleicht zuerst wie kommt ihr zu InSport Blue Knight ist ja ein alter Bekannter von Red Light wie fühlt ihr euch wie lange spielt ihr zusammen was sind eure Ansprüche einfach mal so ein bisschen stellt mal Imperial hier vor ja ich persönlich hab schon zwei Seasons in einem anderen Team gespielt bin dann zufällig auf InSport gestoßen Löffel kannte auch schon wen und darüber haben wir dann Simon als unseren Support geangelt und ja wir spielen jetzt seit zwei Wochen glaube ich zusammen haben uns ein bisschen über Tryouts kennengelernt und ja haben sehr wilde Drafts meistens unsere Stärke ist es zurückzukommen das heißt wir in Genders Early Game rein wie man gesehen hat aber genau ja was war euer so Anspruch an die Kalibrierungsphase ihr habt ja als Starter Diff Sport sozusagen neues Spot gegründet war es schon ein sexueller Anspruch wie gesagt Blue Knight mit White Light hat ja schon auch Diff 5 Erfahrung äh ja ich sag mal Diff 6 wäre unser Anspruch gewesen ich glaub Diff 5 war unrealistisch mit den tiefsten Leuten ja auch die Kalibrierungsphase auf jeden Fall genau also Diff 6 war Wunsch haben wir erfüllt sind zufrieden 5-3 also positiv sogar nehmen wir gerne mit ja gehen wir nochmal in die Games erstes Game war so ein bisschen rough was wir gesehen haben gegen QLM da war die MF ähm sehr gut in dieser Wombo-Kombo war es ja mit dem Yasuo ähm was war da so euer Gedanke an diesen Draft von euch was war das Problem vielleicht auch mit dem Kennen ersatzsinnig dass er nicht so ein bisschen den Jahr so hinterher roam kann weil das war glaube ich so der größte Unterschied im Early Game ja da haben wir Early Light aus First Blood abgegeben also Idee war halt dass wir deren Hard Engage mit der Erkennen und einfach counten können deswegen haben wir auch einfach noch Seraphine dazugezogen äh haben dann aber das Early zu früh zu hart abgegeben und dann haben die halt einfach Diana Chasuo Wombo-Komo gespielt und ja haben sie gut executed können wir nicht anders sagen wir haben ein zwei schlichte Calls gemacht der Baron Call den hätten wir wahrscheinlich droppen müssen und für ein Fight gehen aber an sich dann zum jetzigen Game so eine 180-Grad-Wendung mit dem Swain auf der Top-Lane wildes Geflexe Senna Poppy-Bot sehr sehr spicy gut funktioniert was war da so die Idee da war es von Anfang an so die Absicht mit der Poppy auf der Bot-Lane Poppy ja also wir haben Leona gesehen und haben im Game davor schon aus Spaß mal über Poppy Support geredet dachten wir uns ja komm probieren wir die Idee war tatsächlich dass wir den Swain-Bot spielen deswegen haben wir bewusst als Flex gespielt haben wir geguckt wie die reagieren und Cem ist halt ein talentierter Rise-Spieler deswegen konnten wir den Blind picken weil der Victor raus war und dann ist uns auf Lars Pick tatsächlich erst die Idee gekommen Swain hochschicken und Senna zum Farm dann zu nehmen ja Felix hast du noch Fragen an den guten Flo was die Games angeht oder vielleicht das Team ich meine also die Hauptfrage für mich war die Swain Senna Lane die kam jetzt gerade schon ähm ansonsten ich glaube gerade nicht ne ja cool dann Flo danke nochmal für dein kurzes Interview für die Games die wir gesehen haben vielen Dank dass wir das casten durften schön dass ihr bei uns angekommen seid wir hoffen noch lange was von euch zu haben wünschen euch dann auch schon mal viel Glück für den kommenden Splittern in the 6 und grüßt das Team und wir hoffen uns bald wieder zu sehen ja anderen Teams die hier zuschauen auch viel Glück und entspannten haben euch noch ach ja eine Frage noch hatte ich noch kurz wie getiltet wart ihr von diesen Lobby Interactions hier so war da so ein bisschen Spice auch dadurch reingebracht ne eigentlich so gar nicht bin da relativ entspannt Regeln sind klar also soll zu machen passiert gut dann tschüss und schönen Abend ebenso tschüssi ja dann würde ich jetzt zu den anderen Teams nochmal gucken wie gesagt für Diebs ging es ja auch nochmal um Division 6 im letzten Game die sind 4-3 haben leider verloren schade schade gegen EGX gegen Enerjix viele auch unbekannte Orgas mit Teamnamen die trotzdem Tech haben fällt mir gerade mal auf also gerade QSM E-Sport jetzt Energex ja interessant FMM hat ja glaube ich auch Text drin scheint sich so ein bisschen zu verbreiten in der Prime League finde ich ganz cool eigentlich so diese sage ich mal auch kleineren Teams die es dann doch ein bisschen ernster nehmen und ja also gutes Ende für Imperial für den anderen leider nicht so wie erhofft würde ich mal behaupten gucken wir nochmal bei Anerbanger hat er sicher auch schon erledigt schauen wir auf Quality die sind 6-2-Gängen haben ihr Ziel nicht erreicht ich denke trotzdem dass ein Team im Gold-Platin-Bereich mit einem 6-2 in der Kali sich wirklich nicht verstecken braucht auf keinen Fall also da muss man muss man mal sagen Props an an Jungs von Quality bei uns die Internals in der Gruppe 3 gewonnen und auch heute in der Prime League oder übers Wochenende in der Prime League durchaus gezeigt zu was sie in der Lage sind muss man mal Props an die an die Jungs von Quality raussprechen ja auf jeden Fall qualitatives Gameplay auch Internals überraschend für mich erstmal River runtergeschlagen und dann natürlich dein gecoaches Team vielleicht auch doch nicht so über die Rasche mit diesem Hintergrund aber ja Quality also gut unterwegs und ja die Prime der Prime League steht vor der Tür was erwartet euch noch im Haus und im Sport natürlich der bekannte Sonntagscast dann unserer The 4 Teams unser Competitive Riege wahrscheinlich auch mal ein oder zwei Games von unseren Rookie Teams in der Division 5 die um den Aufstieg spielen und ja danke auch an eSport Koblenz und an Philipp vielen Dank nochmal für den Raid leider in der Abmoderation erwischt wir nehmen euch dann gleich einfach mit in unseren Raid Mittwoch werden ja die Gruppen ausgelöst ich glaube ganz eSport ist Hype auf die Auflösung gerade eben in diesen Division 4 Teams generell ich glaube jeder freut sich immer auf die Auslösung ich meine wir stellen wieder um die 30 Teams und ich glaube die Gruppen auch im Community Bereich sowohl wie im Competitive sind einfach spannend ich glaube jeder will wissen okay mit wem kann ich mich matchen wo sind auch Orgas die man kennt wo sind Orgas die man gerne mal einen Sieg gegen die reinholt wie schaut es aus ich glaube Gruppenauslosung ist immer spannend in der Prime League dementsprechend ich hab Bock und dann werden auch Zeit noch hoffentlich wieder die Intox kommen zu den Gruppen genau da haben wir einen schon für Donnerstag geplant wie gesagt Mittwoch die Auslosung ja mal schauen ob es dann Donnerstag klackt auf jeden Fall du hast es angekündigt Intox werden wir natürlich auch nochmal machen zwei an der Zahl einmal Competitive einmal Community wie ihr es gewohnt seid wie ihr es vielleicht mögt oder auch hasst wie ihr uns egal nein Spaß ich gucke gerade nochmal ob wir auch eine Partnerschaft schon announcen können ob ich da schon Werbung für machen soll oder kann ne lass ich mal sein auf jeden Fall ist da auch ein bisschen was im Hintergrund passiert und ja also ein bisschen geht es weiter voran bei Intsport nächstes Wochenende sind auch einige bei uns im Bootcamp bei 1337 unsere Partner die noch ähnlich wie wir ja diesen Aufstieg hingelegt haben was heißt Aufstieg aber auf jeden Fall größer geworden sind sich vergrößert haben ein bisschen mehr bekannter sind sag ich mal gerade ja 1337 mit NNO mit sehr sehr vielen Profis also die sind insane die Jungs geiles Bootcamp kann ich auch nur empfehlen und ja da freue ich mich auch schon drauf da werden wir bestimmt auch nochmal ein zwei Streams von sehen aus dem Bootcamp ansonsten die Int Talks dann die Auslosung Mittwoch und dann sehen wir uns dann im Split wieder ich bin Hyped ich glaube wir sind alle Hyped in Sport for life get involved heißt es bei uns auch an die anderen Orgas freuen wir uns dann jetzt auf einige Wiedersehen auf interessante Matches und auf einige Freundschaften Feindschaften Bandereien ihr wisst ihr kennt das Prime League Game ihr kennt das League of Legends Game was uns alle so ein bisschen verbindet ich bin raus wir sind raus vielen Dank Felix nochmal für den Co-Cast hat mir auch riesen Spaß gemacht gute Games gehabt wie immer eine Freude ich bin auch wieder glaube ich angekommen hier und ja wenn ihr mögt dann vielleicht die Woche noch ansonsten Bootcamp am Wochenende tschüss haut rein bis dann habt einen schönen Abend passt auf euch auf tschüss wir raiden euch natürlich nochmal irgendwo hin ich gucke gerade mal Primetime ist noch dran ansonsten alle Orgas so ein bisschen off dann gehen wir nochmal zur Primetime rüber zum Finale als Dankeschön nochmal auch für den Invite in ihren Turnier mit direkt zwei Teams da könnt ihr euch gerne auch mal die VODs von ansehen da haben wir auch die Games von Kappa und Whisky gecastet guckt auch bei unseren Socials vorbei kommt auf unseren Discord habt Spaß seid ein Teil und wir sehen uns bis dann bis dahin ciao Stream noch nicht das Vollbild